Musik Herzlich Willkommen zum Lied für den Tag. Auf diesem Chorpodest steht normalerweise der Bachchor, der aber zurzeit nicht proben kann, wie alle anderen Gruppen auch. Ich habe aber den Sängerinnen und Sängern ein Video geschickt mit einer Begleitung zu einem Bachchoral. Und einige der Chorsängerinnen und Sänger haben mir ein Video zurückgeschickt mit ihrer Stimme. Und das habe ich zusammengebaut und so ist dieses Lied für den Tag entstanden. Viel Freude damit. Musik 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 Musik